Liebe Alena Eltern, liebe Alena Kinder, die Einschränkung der Corona-Krise treffen uns alle sehr hart. Noch keine Kita, die Schulen öffnen erst nach und nach, viele Eltern können noch nicht wieder arbeiten. Und dann so ein tolles Wetter. Viele hocken in ihren eigenen vier Wänden fest. Da kann es schon passieren, dass einem die Decke mal auf den Kopf fällt. Bevor sie, bevor ihr euch auf den Wecker geht, euch anschreit, Dinge macht, die euch später vielleicht leidtun, ruft unsere Hotline an. Liebe Eltern, wir geben Ihnen Tipps rund um das Thema Erziehung, Alltags- und Freizeitgestaltung und Umgang mit den eigenen Gefühlen, wie Wut, Angst und Trauer. Liebe Kinder, auch euch hören wir zu. Gemeinsam können wir überlegen, wie ihr eure Freizeit gestalten könnt, wie ihr besser mit Streit umgehen könnt und eure Gefühle verstehen. Alles ist anonym, bleibt also unter uns. Das ist ein gemeinsames Angebot der Inno-Sozial-Arbeiter-Wohlfahrt Caritas im Auftrag der Stadt Aalen. Wir sind täglich von 9 bis 19 Uhr erreichbar. Und die Hotline ist besetzt von erfahrenen Pädagogen und Pädagoginnen. Rufen Sie, ruft ihr uns an unter der Nummer 70 99 410. Wir sind für Sie da. Wir sind für Sie da. Untertitelung des ZDF, 2020